Hallo, wir sind die Winzerfamilie Sechsauer. Wir kommen aus Ehring vom Kaiserstuhl und wir sind ein klassisch kaiserstühlischer Verbundbetrieb. Das bedeutet, wir bauen nicht nur eine Kultur an, sondern wir haben einen Mix aus Spargelanbau, Obst und Weinbau natürlich. Das heißt, bei uns kriege ich ja alles, was Kern und Stein hat an Obst, von der Kirsche bis zum Pfirsich oder zur Aprikose. Und natürlich auch ganz viele Burgunderweine, Muscatella, Gewürztramina oder auch knackige Rieslinge. Dabei ist uns immer wichtig, dass die Qualität vor der Quantität steht. Also, dass die Produkte einfach schmecken und Lust auf eine zweite Portion machen oder auf ein zweites Glas. Vielen Dank.